Sie stellt mich vor der Frau Mama am Sonntagnachmittag. Ich bin da nicht schreit ausgeschlafen und deswegen nicht fad. Doch trotzdem findet sie mich nicht, bis fragt nach meinem Beruf. Und sie, das ist der Lauf der Welt, die Frage hat eine Frage gestellt. Und da fragt Toma Limmel Freit, das ist ja so ein Ball. Du hast gar nichts außer Musik spät aufs Leben, doch jetzt war. Und da fragt Toma Limmel Freit, das geht mir gar nicht rein. Du hast doch da eine Freit dabei, das kann gar nicht sein.